Jetzt bin ich gespannt, wie er die Ecke reinbringt. Er schießt, er hält ihn nicht. Er kam dran, aber der Ball ist im Netz. Dieses Tor müssen wir uns nochmal anschauen. Der Ball kam gut rein und dann steht er auch genau richtig. Sehr gut gemacht. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Das ist...